hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge von hero defense haunted island ich freue mich dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir haben die letzte folge beendet dass wir jane do gefunden haben wir haben jetzt quasi unseren vierten held und würde sagen wir begeben uns jetzt mal daran natürlich erstmal die fertigkeiten zu machen und fangen wir natürlich auch mit unserer jane an was hat denn unsere jane so schon mal so am anfang angriffstempo das schon mal eine gute sache der schaden natürlich auch dann haben wir bewegungsgeschwindigkeit okay zerbricht knochen und rüstung erhöht schaden und ist panzerbrechend ist ja schon mal eine ganz coole sache eigentlich also anfangstempo nehmen wir auf jeden fall mit den schaden pro talent stufe auch dann haben wir hier einmal fürs panzerbrechende denke ich mal eine ganz gute sache mit schlag wenn schnell nicht schnell genug ist jane kann zwischen monstern springen so dass sie mehr monster in weniger zeit treffen kann also mehrfach treffer ist ja was für die bewegungsgeschwindigkeit eigentlich war die eben gerade schon so schnell dann nehme ich glaube ich immer noch ein bisschen angriffsschaden mit rein ja ich denke das haben wir so ganz gut gemacht dann unseren barrows hat wollen wir machen ich glaube wir nehmen wir ein bisschen mehr schaden noch für ihn mit rein ja ich glaube das mal auch bei den blauen wellen ist es teilweise schon ein bisschen kritisch würde ich mal sagen was nehmen wir denn für unseren jack 4 prozent krit chance ich glaube wir tun noch ein bisschen was für sein angriffstempo wobei eigentlich der doppelbolzen oder der multishot ich kann mich nicht entscheiden kann mich nicht entscheiden das panzerbrechende ging eigentlich bisher ganz gut und ich glaube wir nehmen wir den doppelbolzen dann wollen wir mal gucken was wir hier noch anruhen für unsere jane do haben dadurch dass sie ja eigentlich relativ schnell ist ist halt die frage die hat die ganze zeit angriffstempo eigentlich können ja die waffe zweimal bei ihr aufwerten ob das machen wir auch so packen wir hier gold chance mit rein weil gold brauchen wir ja doch nehmen wir rein reichweite aber was soll das hier denn noch mal aufladekosten glaube ich finde ich jetzt nicht so interessant ich glaube dann nehmen wir lieber noch mal das gold mit rein und dann werden wir ja momentan können die diamanten und auch kein gold haben geben wir mal die nächste karte und weiter geht die wilde fahrt ja ein stern also die kommen wohl gemeinsam von da unten jawohl wir sind ein team das ist natürlich schon mal eine dumme sache eine knappe sache hier gerade fahrhausi 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 es ist natürlich eine bittere geschichte jetzt hier gerade Ich glaube, das war keine so gute Idee gerade. Ich glaube, da nehmen wir mal unseren ersten wilden Mob. Okay, das passt wohl so. Das müsste reichen gerade so. Du rennst schon mal? So ist es, wenn man pennt beim Spielen. Ich doof gerade hier. Ja, komm. Ähm. Ach, sehr gut. Ich glaube, die kann ich gleich hier hinten draufsetzen. Ähm. Ganz schöne Rennerei hier gerade. Lass ich mal so feststellen hier. Komm. Alter Schlappe hier. Okay, die sind schön langsam hier vorne. Ich glaube, unser Varus. Ah, man merkt das schon, dass er seine Aura hat. Hier ist Johnny. Wenn ich es richtig sehe, kriegt man anscheinend kontinuierlich Orbs für das, was da drauf steht. Kommt mir danach blau. Komm, ich glaube, wir nehmen uns den Jane Doe. Das ist die Chance mehr, dass wir mehr Gold kriegen. Ich würde sagen, wo kommst du nach da? Ich würde sagen, wo dann den Augen hab. Ich würde sagen, wenn meine Romer ist. Ich würde sagen, ich würde sagen, ich... Dann bin ich hier los. Ich würde sagen, ich würde sehen, dass du das hier und da bist. Ein Tablet bitte. Gut. Und du weißt. Da, ich würde dich. Ich nehme jetzt mal an, dass die da lang kommen, zumindestens. Mein Gott. Let me no time to wait, I feel stronger. This is my step aside, no time to lose. Ja, also wieder Ops schauen, das ist eigentlich ganz cool, wenn man halt wirklich kontinuierlich Ops bekommt. Sich aber doch mal... Now, no time to lose. Bow, just a second. I'm done. It's time, let's do this. It's not just a second. Ach so, irgendwie... Ist grad so ein bisschen der Wurm drin. Und jetzt hab ich hier jetzt... Braucht man nicht mal irgendwie... Oh, eins. Let me know this. Trust can wait, I'm coming. Watch out of my way. No time to lose. It's time, ready? We ain't here we go. Back off, sinner. Let me can't move much faster. Fought on my way. I watch me on my way. I've stopped it. Jetzt... ich fühl mich grad ein bisschen gestresst. Das tat jetzt grad ganz schön weh. Just here we go. Äh... Burn them all. I'm coming. Glaub ich, ich nehme mal den Barrows. Und packe jetzt, äh... Die Chain Doe hier unten drauf. Dass ich halt kontinuierlich schlauze, oder? Du kommst auch nach hier unten. Boah. Trust can't move much faster. Or not, let's do this. So. So. Wir sehen das auch diesmal richtig genau. Ja, diesmal gehen sie auch da lang, wo sie lang sollen. Ähm... Ähm... Are you sure? Buking. I'm never evicted better. Was nehme ich, ähm... Barrows? Ah, das ist ne sehr gute Frage jetzt. Ich frag mich, was, ähm, das hier für Positionen sein sollen. Ah ja. Gucke da. Ah. Was ist denn da jetzt nochmal Reichweite? Ich hab's, äh, grad jetzt... Ah, das kostet auch einen Diamanten. Das sind jetzt quasi... Da kann ich mir so Schreine raussuchen. Ah, dafür brauch ich Diamanten also. Okay. Ähm... Ich glaub, das ist die sinnvolle Variante, dass jetzt, äh, hier oben drauf geht. Oh, und danach müsste der Barrows eigentlich schon wieder da unten hin, weil die gehen jetzt danach wieder links rum. Ähm... 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 Okay. Ist das wohl so ein extra stärker? Ist das wohl so ein extra stärker? Okay, danach haben wir nur noch blau. Hm. Das ist ja nicht so genau, was so sinnvoller ist. Ob ich da jetzt irgendwie... Da kann ich nicht so gut setzen. Ich höre das sind ein paar. Das mir so ein bisschen fehlt irgendwie. Manchmal ist so eine Übersicht hier irgendwie. Ich weiß auch nicht. Weil manchmal ist es doch sehr unübersichtlich, wo hier was ist. Ja, da muss man halt Prioritäten setzen. Ja, und das ist leider ein sehr wahrer Satz. Das man die Vergangenheit immer einholt. Raumhaft. Das nächste Level geschafft. Schmerzruhne. Boah, gell. Schaden plus 20. Okay. Ach. Zweimal leider was. Naja, egal. Geschafft ist geschafft, würde ich sagen. Und damit gehen wir in die Stadt zurück. Und sind leider auch Schmied am Ende einer Folge. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen oben da. Ein Abo, wenn ihr Bock habt. Schreibt mir was in die Kommentare. Ich freue mich auf die nächste Folge. Und hiermit verabschiede ich mich. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.